Worüber wollen Sie reden? Wie wär's mit Ihrer Frau? Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Ich hatte doch gar keine Wahl. Ich hab schon eine Menge Jungs kennengelernt, die ein bisschen verrückt waren. Üble Draufgänger, aber dieser Typ, der übertrifft einfach alles. Nee, ich will Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihren Job machen sollen, aber wir sind hier nicht bei Ocean's Eleven. Hey, könnt ihr den da wegschaffen? Entschuldigung, ich hab'n verriegt. Wo bleibt der Hofschrauber? Okay, hier fallen Schüsse. Wir brauchen ein Sportteam, und zwar sofort. Schieß bloß nicht daneben. Eins, zwei... Vorwärts, vorwärts! Drei! Wir fallen Schüsse, es wird geschossen! Was war das denn für ne Nummer? Libro Weapon. Die komplette erste Staffel. Jetzt als Blu-Ray, DVD und digital.